Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, der Hellfire-HT-Version von GOG. Die zweite Staffel, beziehungsweise die erste Staffel als Monk. Ja, wir haben Zeug, was wir verkaufen wollten. Jede Menge. Inklusive einer Nachdenkappe. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, nee, da ist mir die Krone viel lieber. Also minus vier Zahlen Attributen. Auch wenn 100 Hinpoints unser Leben einfach mal verdoppeln würde. Wir nehmen aber mehr Schaden von Gegnern. Aber auch die Gegner nehmen mehr Schaden, nee. Hallo, mein Freund. Nicht unbedingt was Tolles. So. Eine unzerstörbare Axt. Haben wir da gefunden. Wicked Axe. C-Dexterity, minus C-Vitality. Wow, was kann ich für dich machen? Die machen wir lieber zu Geld. So. Äh, halt das weg, das hin. Wir haben so viel Oil of Echo, dass sie hier, glaube ich, auch umliegen. Ja. Verbessern wir damit mal unsere Waffe. Und ja, bevor wir jetzt neuen Dungeon machen, also den Hellfire Dungeon, klären wir erst mal noch die Höhlen. Town Portal Stuff, braucht Recharges mal. Book of Firewall kann weg, Book of Firewing kann weg. Chain Lightning. Lightning kann weg. Teleport kann weg. Book of Inferno kann weg. Phasis Score kann weg. So, jetzt haben wir nur noch jede mige Qualt. Die zwei Squalls hier. So. Das reicht eigentlich alles. Oh, das sind wir heute hier für's Recharges. So ein Schnapp zu haben ist halt nett. Vor allem den zu Rechargen, zwölf Ladungen, ist billiger als zwölf Town Portal Squalls. Auch wenn er viel mehr Platz wegnet. Und wir werden ja hier eh Scroll of Town Portal rumliegen haben. So, Scroll of Identify nehmen wir mal mit. Ich nehme auch sicherheitshalber noch zwei Heiltränke mit. So. Speichern mal und Heilszauber. Gut. Jetzt können wir hier unten weiter rumprügeln. Hier sind ja doch genug vor denen. Rest in peace, mein Freund. Oh, ein Staff of Town Portal. So, die sind die Harfloseren. Etwas Harfloseren. Ach, hier wäre der Weg zu hoch in die Stadt. Oh ja, wir haben vergessen mit den Leuten zu reden, ob irgendeiner eine Questwirts hat. Hehe. Psst, über hier. Was hat er denn? Plate of Deflection? Nichts besonderes. Ja, eigentlich kann man wirklich in die Tolle treten. Was sein Zeug angeht. Was tut dir, mein Freund? Okay, du hast keine Quest für uns. Du auch nicht. Ey, du hast sicher auch nicht. Kane hatten wir schon. Bleib noch. Ähm, Octon. Grüß Gott, Master. Willkommen in der Tavern des Riesings. Wow, was kann ich für dich tun? Premium Items. Was hast denn du? Hammer, Schwert, Schild, Schwert. Axt. Schild. Oh, was kann ich für dich tun? Also ja, Staff of Swiftness und ansonsten nichts besonderes. Und der Staff of Town Portal, der hat mehr Charges auf jeden Fall. Er hat weniger Charges und dafür ist er wie ein Staff of Swiftness irgendwie. Das heißt, den können wir mal hier lassen. Und den dafür dann benutzen, wenn wir ihn brauchen. So, wieder runter. So, hier liegt gerade nichts rum. Genau, hier sind noch Magma-Dämonen. Einer jedenfalls. Äh, das heißt, wir sind ziellos geworden. Was liegt hier? Ein Kompositbogen? Ah, nichts wirklich besonderes. Tag. Oh, da ist wieder Magma. Einer ist gut. Einfach viele. So, hier ist nur Lava im Weg. Oh, die können mich erreichen. Na, wer will noch. Komm. So, Level up. Erstmal Vitality. Einmal und dann können wir ja wieder anfangen. Mit Stärke. Weil unsere Trefferchance, die ist eigentlich hoch genug. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal ein Stinkefolio finden. Genau, das da. Und ja, ich mache mir jetzt die Mühe und gehe den ganzen Weg zurück, um es, ähm, Aide wert zu geben. Nein, mache ich nicht, weil ich werde verfolgt. Tag. So, tschüss. Gut. Das heißt, wir wissen jetzt auch gleich, wo der Fungus rumliegt. Ja, Fungalto. Das hat nicht alles getan. Ja, gut. Was haben wir hier? Interessant. Es sieht aus wie ein Buch von Reagenten. Bleibt eure Augen örtlich für ein Black Mushroom. Es sollte ziemlich groß sein und leicht zu identifizieren werden. Wenn ihr es findet... Ja. Black Mushroom. Die Quest hatten wir ja schon mal. Ja, wir können nur leider keinen Port runter benutzen, sondern müssen den Regionen, äh, äh, regulären Weg gehen. Ich werde jetzt aber nicht gleich wieder hochgehen, um den Maschum abzugeben, sondern das werde ich erst machen, wenn wir die Ebene gecleared haben. Ich werde jetzt auch die Ebene gegründet haben. erstmal die beiden Verkugeln. Oh, ein Warhammer. Tachter drin. Ja, und Life-League ist das eine schöne Sache. Gut. Hier ist nichts versteckt. Ja, auch nicht. Ja, ich habe meine Demons. Ich habe Sehalter. Ah, und hier kommen wir wieder nach draußen. So, hier ist nichts gewesen, dann gehen wir erstmal hier den großen Dabasee ab und kommen dann eigentlich oben wieder ein. Wisst ihr was, wir können die ja mal verflaschen. Also nicht unbedingt den Effekt, den ich erhoffen wollte. So, was liegt hier oben? Also hier liegt Gold, wie ist es? Hier liegt auch was im Scroll of Guardian. Okay. Da liegt auch was. Oh Gott, okay. Das wären jetzt nur Sachen, die hätten wir ohne den Zauber übersehen. Pauschen auf Mana ist okay, eine zu haben. Ja, und hier oben, die da, haben wir getötet, aber noch nicht das Gold eingesackt, was sie droppen. Gut. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir wieder auf die andere Seite zu den Mushrooms kommen. Das muss doch, ah, da ist der Weg drüben. Und da ist der Mushroom Patch. Äh, Patch. Jetzt, das ist ein großer Mushroom. Wie die das immer alle sagen. Ja, Scroll of Guardian können wir nicht benutzen. Identify, Lightning wollen wir nicht. Noch eine Identify. Und Halt zurück. Gut, damit haben wir wieder eine Ebene weniger. Können wir auf die Ebene ziehen. Ups. Aber ja, ich wollte ja... ...Adria den Mushroom geben. Noch gleich gucken. Ja, das wird perfekt für eine Brüche, die ich kreieren. By the way, the healer is looking for the brain of some demon or another, so he can treat those who have been afflicted by their poisonous venom. I believe that he intends to make an Elixir from it. If you help him find what he needs, please see if you can get a sample of the Elixir for me. Mhm. So, Scroll of Lightning kann weg. Scroll of Guardian kann weg. Ja, die zweite Scroll of Identify, die können wir mal behalten. Genauso wie die Mana Potion. Wow, was kann ich für dich tun? Wow, was kann ich für dich tun? So, lass die Geld rausschmeißen. Lass die rausschmeißen. Ja, gut, das kennen wir alles. Das heißt, wir können wieder runter. So, und eigentlich der erste Dämon, den wir umkloppen, der sollte ein Hirn dabei haben. Genau. Die Jungs kannte ich zwar noch nicht, aber... Au, sie sind schon mal da ausstich. Schön. Oh, das scheint mir echt zu sein, das Feuer. Oh, jetzt ist es ausgegangen. Aber ja, noch mehr Magma-Werfer hier. Diesmal Bloodstones. Abonniert was! Jeez!